Unendliche Weiten. Wir tauchen ab in eine queere Welt, die noch nie auf diesem Bildschirm zu sehen war. Wir lassen euch teilhaben am Leben, Werkeln und Sein der AHA, einem von Berlins ältesten queeren Vereine. 1974 gegründet, aber immer noch voller Energie und stets im Wandel. Die bei uns ehrenamtlich tätigen Leute sind motiviert und legen auch kurzfristig Selbsthand an. Dafür gibt es nicht nur unseren Dank, sondern auch Glückwünsche von unseren Nachbarn. Hallo, hallo, hallo! Ich bin Victor, ich bin ein Fotografer, die hier in Berlin leben. Und der Happy CSD, by the way, und willkommen zu der wunderbaren AHA. Liebe kennt kein Geschlecht. Und die AHA ist natürlich offen für All Gender. Bühne, Bar, Café. Aber das sind nur drei Teile von uns als AHA. Wir sind ein Community-Ort und wir leben von dem, was die Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren, machen möchten. Bei uns stellen junge Talente und solche, die es werden möchten, eine eigene Show auf die Beine. Verschiedenste Menschen genießen leckere Getränke und am Sonntag super leckeren Kuchen auf unserer begrünten Terrasse. Gruppen treffen sich und erobern die Bühne in einem eigenen Schutzraum. Wer sich selbst und Ideen ausprobieren möchte, ist bei uns genau richtig. Und bei uns eine Bühne in der Verkaufnahme, die wir hier mit unseren Verkaufnahme kennenlernen können. Ich hab mich wirklich auf den Bericht. Ich bin wirklich auf das Bar, weil es ein Community-Center ist. Ich weiß es für die Queer-Networking-Networking-Networking, die ist ein wirklich tolles Platz für die Professionals in Kreativ oder andere Industrie. Verwachsenen, machen ein paar Beine, machen ein paar Freunde. Ich bin relax, hier. Ich bin Stefan Knolls, und ich bin Dramatik und Performance für ein bisschen über ein Jahr. Und mein Dramatik, Dramatik, mit Shady Darling, kam hier zu Ahaha nach meinem Bar mit Marius Close Stone. Es war called Ludwig. Und das war ein wirklich schönes Ort, um zu exploren und zu haben eine Sandbox und zu haben ein bisschen technische Sachen. Und auf dem Level, das war über die average Corner Bar. Und es war eine absolute Freude. Ich meine, sie haben uns sehr lieb und ich bin sehr dankbar, dass wir hier sind. Die Ahaha ist eine Vereinigung, die Menschen zusammenbringt, deutschsprachig und englischsprachig. Ich bin Foxglaw, Drag Performer in Berlin und habe hier im Rahmen der Drag Cap so mehrfach performt. Wir sind hier als ganz gemischtes Team zusammengekommen und wurden super herzlich empfangen und haben hier jeden Moment genossen. Heute war das Finale der Show und wir danken Ihnen der Ahaha für die Gastfreundschaft und hoffen wir können weiter zusammenarbeiten in Zukunft. Hallo, mein Name ist H.P. Love Shaft, ich bin ein Drag King, ich bin seit 2012. Und ich bin hier über ein Jahr, ein Jahr und ein halb ago. Und die Ahaha ist eine von den Häusern, die ich gefunden habe in Berlin habe. Ich bin hier für Circus Prost und für Go West Comedy und natürlich für die Drag Capsule. Und es ist wirklich fantastisch, zu sehen, dass es so eine gewisse Geschichte gibt. Und es ist sehr easy, als ein Ex-Pat, der nicht wirklich Deutsch-German spricht, zu einfach nur die kleinen Englisch-sprachigen bubbles. Aber die Ahaha ist ein paar Plätze, die ich gefunden habe. Es ist ein Germaner Ort, und es ist voll von German Art und German Art, aber es ist wirklich ein Willkommen-Vibes hier für andere Menschen auch. Und ich fühle mich wirklich Willkommen hier. Und ich sehe viele diese Community-Efforten hier, und es ist wirklich grand. Und so viel fabulose Art, so viel fabulose Art, so viel fabulose Art, die, you know, kann einfach nur passieren, und es ist experimental, und es ist Spaß, und es ist wirklich unterstützt. So, ja, ich liebe dieses Plätze. Hallo, heute mit Ihnen, ich bin hier in der schönsten Ort. Aha, Berlin. Warum ist dieses Plätze schön? Denn in diesem Plätze arbeiten viele Leute. In diesem Plätze haben wir eine schöne Performance, schöne Events, und es ist einfach nur die Leute, die in diesem Plätze sind, die in diesem Plätze genießen, die sie in diesem Plätze haben. Aha! Es ist ein sehr wichtiges Plätze für die LGBT, für die Queer-Community, und für die Gay-Rosexuelle-Community. Denn in diesem Plätze kannst du alles für dich selbst finden, alles was du brauchst. Hallo! Mein Name ist Shady Darling. Ich bin Fitnessmodel und Best-Selling Autor von dem Buch »How I Learned Not to Want to Be Thin Anymore«. Ich habe nicht. So, heute sind wir hier in Ahaa. Es ist wunderbar, wunderbar weather. Es regnet. 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 Es ist eine schöne Plätze. Es regnet. Es ist eine geschmeckte Welt, eine Moderatorin-Community-Community. Die Welt der Welt, die sich in der ersten Tags-Teacher auswählen. Die erste Gay-Teacher kam in Berlin, in 1969, ich glaube. Cheers zu haben. Es ist ein Plätze, das hat vieles, obwohl es hat verändert. Es ist eine neue Gemeinde. Es ist also sehr interessante. Es ist sehr interessant und sehr interessant. Ich kann nur empfehlen, zum Beispiel zum Sonntagscafé, was sehr schön ist, wo es Kuchen gibt und Kaffee, oder vielleicht zu einer unserer Shows, wie Lip Service, oder Drag Capsule, aber heute ist der letzte Drag Capsule, also wenn du es nicht verstanden hast, dann bist du ein Plus. Aber du kannst sie trotzdem online sehen. Das ist das. Ich fand die Veranstaltung spannend und irgendwann dachte ich, so ein cooler Laden, du magst ja einfach mitarbeiten. Das tue ich seit vielen Jahren an der Technik, am Tresen und ich gehöre zum Vorstand von diesem Verein mittlerweile. Es ist ein bunter Haufen, macht eine Menge Spaß. Das Wichtigste an der AHA ist für mich eigentlich, dass sich hier Leute treffen, die mit dem absolut unterschiedlichen Hintergrund herkommen und was miteinander machen. Ich glaube, wir sind Netzwerknoten, ich glaube, wir sind so ein Ort, wo Leute sich begegnen können, neue Ideen haben und ausprobieren können und ich liebe es dabei, so ein bisschen weiterzuhelfen. Hi, Happy Pride. Mein Name ist Hilde Muffo. Ich bin hier bei AHA, für einige Bilder und Videos zu machen. Ich bin mit AHA, weil ich die Drag Queens und Kings folge. und es ist ein fantastisches Ort, um sie zu sein. Ich bin so glücklich, dass dieses Ort existiert, weil es nicht so viele Späte gibt, wo diese Art produziert und leben kann. Hallo, ich bin Katharine, Bühnentonte und Technikerin in der AHA, der Allgemeinen Homosexuellen Arbeitsgemeinschaft Berlin e.V., einer von Deutschlands ältesten queeren Institutionen. und statt auf unserer Bühne oder hinter dem Technikpult zu stehen, sitze ich zurzeit regelmäßig an diesen Bildschirmen und mache die Regie für unsere Livestreams unserer Kulturveranstaltungen. Okay, eins, zwei, drei, Happy Pride in der AHA! Wir arbeiten komplett ehrenamtlich und 100% basisdemokratisch. Knuddel Award, Verdienst um Respekt und Akzeptanz, ausgezeichnetes Engagement verdient an die AHA, ein Siegel für ausgezeichnetes Engagement. Just believe in yourself and feel your heartbeat. Come together and join us. We celebrate diversity. Open up to a new love. Tage im hellen Menschen Verstecke dein Stolz nicht. Verbehe ich dir trotzdem nicht. Verstecke dein Stolz nicht. Verstecke dein Stolz nicht. Don't hide your pride. Don't hide your pride. Don't hide your pride. Herz schmerft. Dünen